nur ganz kurz habt ihr auch ein gaming chair und das lumbal oder lendenwirbelkissen ist viel zu dick und viel zu hart irgendwie als mein stuhl gekommen ist da hat mich das echt gestört andere habe ich gesehen lassen das kissen aus dem grund auch ganz weg ja das ist eigentlich blödsinn weil so ein lumbarkissen hat schon seine funktion und ist auch echt gut für den rücken wenn es richtig angewendet wird angebracht ist und auch nicht zu dick ist da kann man aber ganz einfach abhilfe schaffen indem man einfach das lumbarkissen öffnet und diesen recht festen gut hochwertigen schaum bei mir raus nimmt und da selber irgendwas anderes rein stopft ich habe nur glück gehabt bei mir dass ich von meinem alten stuhl noch die rückenschäume nehmen konnte und die dann zugeschnitten haben ein bisschen ja ich wollte das nur ganz kurz mal eben zeigen also vielleicht ist das ja hilfreich für euch ich habe mal eben um auf nur das bild und begebe mich rüber an mein also hier haben wir das original den original schauen der sich hier in diesem kissen befand das ist jetzt beispielsweise von dx racer aber das müsste bei anderen genau das gleiche sein und da kann man einfach hier und klettverschluss aufmachen andere haben reißverschluss und so weiter sollte das jetzt bei euch zugenäht sein müsste selber überlegen aber das auch macht und dann habe ich jetzt hier einfach und schaum genommen habe die länge abgemessen spurt mit der schere einfach abgeschnitten dann habe ich so ein bisschen die form hier geschaut und habe dann auch mit der schere es könnt ihr auch mit einem sehr scharfen messer so ein tapeziermesser oder so machen das sieht jetzt so ein bisschen angeknabbert aus aber das muss auch nicht toll aussehen ob ich das so ein bisschen auch in diese form gebracht dann damit ein bisschen einfacher rein geht und so habe ich jetzt hier noch so ein fließ drüber gelegt das muss aber nicht so das so mal mein tipp dann stoppt wir das da einfach wieder rein ob die wupp mache ich jetzt nicht und schon habt ihr ein lumbarkissen oder lendenwirbel kissen was auch wirklich angenehm sich anfühlt im rücken also ich meine kinder haben auch gesagt das ist aber viel schöner als bei mir macht das und wenn ihr jetzt nicht so ein schaum oder sowas findet dann wird sich bestimmt irgendwas anderes finden was man da rein stoppt ich sag mal wenn es socken sind oder so oder vielleicht von einem anderen kissen wenn ihr noch irgendwas rumfliegen habt wo das muss echt angenehm sein es soll ein bisschen unterstützen hinten aber man soll jetzt nicht darauf die kante vom stuhl gedrückt werden finde ich das soweit mein kurzer tipp zum gaming chair und ich hoffe das video vor für euch ein bisschen hilfreich und verbleibe vielen dank fürs zuschauen und tschau tschau